Hallo, hier ist EG, ich könnte mal sehen, wie ein Nino Drive 45 kmh Motor, eine 12% gesteigung hochkommt. 22, 21, 19, 18, 18 kmh bei ziemlich vollgeladenem Fahrrad, 80 kg Fahrer und bestimmt 15 bis 20 kg Gepäck. Jetzt beschleunigt er wieder, 30, 35, 40 und sind auch früher 45.